Hallo und Willkommen bei Geeklo Gaming. Heute fielen wir wieder eine kleine Runde mit der Pia. Und, wie wir heute sagen, wir haben wieder ein. Wir haben in der letzten Folge Frank gezogen, da würde ich sagen, testen wir den doch gleich mal, da wir noch einander aus dem noch nicht gespielt haben. Rosa haben wir noch nicht gespielt, Tic haben wir noch nicht gespielt und Franky. Die habe ich eh alle schon mal auf meinem Hauptaccount gespielt, aber trotzdem dachte ich, spielen wir die jetzt nicht mal. Okay, not over. Play along, get ready. Ähm... Komm, ich bin Nita. Nita! Let's go! Ja, du musst die Boxen da mitnehmen. Komm, die Ämster holt uns. Mach immer da rein, sollte ich den Nita. Wo sind die Boxen? Also ich bin her, Ma'am. Muah, der ein,test du schrecklich. Ah! Wow! Wir haben die Boxen, ich würde dir mal an. Nein, Mann! Ja! Auf Wiedersehen! Make sure you fail! ho! N- J- It's mine! Be sure to fail! Ich habe den Ball in den Skull zu dürfen. Oh, den war nicht. Komm hier nur bitte umdrehen. Das kann man hier umdrehen. Echt, das macht viel Schaden. Das darf ich nur eben extrem zu lange machen. Der W deviceschen verhältst du diese Weise ausgedrückt. Das macht ab adoptivität. Ich glaube, das ist jetzt so wichtig. Deshalb habe ich ihn wieder 100% besВannen. Das macht einvielder ribben. Das macht er. 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 Und das macht er. Das war's für heute. Das war ein anderer Wettbewerb, wenn ich ihn nicht mehr verstehe. Der kommt von oben. Ja, einfach nicht mehr verkehrt. Okay, die ist uns schon im Gift verreckt. Sie hat eben schon mehr Alkoholgeschmack. Sie dürfen ja auch eigentlich 5-5-5-5-5 spielen. Ist aktuell 5-5-5? So, also ich glaube, ich sage die Kielze. Nein, nur kurz rein. Wahrscheinlich die 3, die ich gerade so plus gemacht habe und die davor hat immer der Bär abgestaubt. Meine Schwester hat gar nichts gemacht. Das hat alles der Bär alleine gemacht. Hallo, hier bin nochmal ich aus dem Schnitt. Hier kurzer Soundtest. Das Mikrofon ist schon einen Tag früher gekommen. Computerspiele mache ich hier erst morgen. Also es ist jetzt alles ein bisschen verwirrend. Die Folge ist von gestern. Jetzt schneide ich und heute ist das Mikrofon angekommen und morgen sollte es eigentlich wirklich ankommen. Jaja, das wollte ich nur sagen. Ciao, ciao. Dannösst du auch in diesem Gang, doch schon Kings ок Information. Bis zum nächstenmalen. Dann geht's das fantasy Im soonerer Absurd. Ich hab auch geimpft. Hab ich nicht entscheiden können? Mann! Wie hab ich denn die Gegner gekippt? Wer ist das verletzt? Ich meine, hier ist es wahrscheinlich, dass wir was ziehen. Aber ob immer kann man die Fakten. Ich hab sie gerade mal gefragt, ob 5 vs. 5 in Ordnung ist und sie hat Ja gesagt. Jetzt soll ich einen Brawler vorschlagen. Bei vielen Spielen, das ist Jessie. Wenn die Schlüssel hin und hergehen, sind wir ganz gut. Warte, komm, ich nehm Frank. Oder ich nehm Tick. Was ist das für eine Map? Ich bin sehr verrund. Ja, geht eigentlich für das. Was ist nicht so gut geworden? Oder Jagent gebe 누구 Herren und die Müge-D insane. An Blockchain. An IV-GT! An IV-GT! Hoch, gut, gut. Ah! Ich bin so fast! Ah! Ich bin so fast! Das ist wieder einmal! Double takedown! Team takedown! Triple takedown! Victory takedown! Ja, der Baldi hat mit seinem schlechten Angriff niemals gekleckt. Das war die beiden. Wie dieser Kopf da einfach eingetroffen hat, dass seine Sprengte, die drumherum haben auch alle Schaden gekriegt. Die Sprengte! Double takedown! Four takedowns left! Double takedowns left! Double takedowns left! Ja, der heißt einfach Tom. Ich heiße auch Tom. Das ist ein Land, das werden kann man nicht sehen. Da ist er der Einzige, der sich Tom-Dies mit hat. Aber natürlich, weil das Beste, den wir auch hier kennen, hat sich noch nie vorher jemand wieder gesehen. Wie viel haben wir das Gefährdung auf den Angriffen gegeben gehabt? Das ist einfach, warum in fast jeder Runde ein Tomat wie sie zum Treibchen hat. Oder dass es diese eine Person, die sich das gesnackt hat. Aber warum soll die dann mit Frank auch so viel gehen, wenn sie das reinsteigen? Ja. Ja, wie auch immer. Ja. Das war's für heute. One takedown left. Double takedown! So, dann nehmen wir jetzt wieder den Highfall. So, kurz erwartet meine Schwester, sie hat eine Frage, ob sie jetzt bei ihrem Broader gerade jetzt Frau oder Ems nehmen soll. Ich habe ihr gesagt, sie kann sich aussuchen, ist eigentlich egal, weil es hängt halt von der Map ab, welcher jetzt besser ist und auch wie gut du mit Broader spielen kannst, weil alle sind gleichzeitig gut und schlecht. Es hängt halt davon ab, wie gut du mit welchem Broader klarkommst, weil es gibt Leute, die kommen halt mit Fernkämpfern wie Piper oder Manny besser klark, als mit Piper zum Beispiel, aber andere sind halt Piper gelandet. Also ich habe halt davon ab, wie gut er dann sowieso besser ist. Nein! Nein! Ich habe einen Vorschlägen, und ich mache nicht nur den Schmerz, ich mache keinen Scheiß. Aber dann bin ich schon okay. Oh, ich mache meinen Schmerz und ich mache keinen Scheiß. Dann bin ich noch. Du bist auch nicht gut. Ich mache keinen Scheiß. Oh, 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 oh. Was ist das hier? Ah... Hätt hier eigentlich noch Gas gefloren... Ich glaube, das ist eigentlich immer von Heisen... Und kommt das irgendwann wieder... ... oder ist jetzt für immer weg? Mir hat das damals echt Spaß gemacht. Immer gespielt. Du kennst du immer noch diesen Start-Modus... Ich habe nicht gespielt, als er dann halt kam, ich gehe ein paar Beziehungen mit euch an. So boring! Ich weiß nicht. Ich kann nicht glauben, dass ich das mache. Würde nicht mal passieren, schreibt es nicht mal. Das ist so lame. We're back on the grind. Das ist so disgusting. Aah, das ist so. Boring! Victory! Danke fürs Zuschauen! Und bis zum nächsten Mal! Ciao, ciao!